Geronimo! Fuck, oh, das war ganz knapp. Ach, scheiß, ich... Oh, ne, jetzt muss ich wieder stundenlang warten. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Alter, ist das übel, ey. Ist das übel. Aber das ist witzig. Boah, ist das übel, ey, alter. Schön. Tratadadadadau. Hm. Mal was ausprobieren. Alter, das ist echt Gefühlssache. Ach, scheiße. Oh nein, jetzt hätt ich sogar schaffen können. Ach, shit. Ich hab's geschafft, du Nudelkopp. Oh, ne, als nächstes kommt ne Tauch-Challenge. Cool. Ha, ich hab's auch geschafft. Aber hier geht es nirgends weiter. Oh mein Gott, ich stehe in kein Luft, Hilfe. Ah, Babi. Ah gut, ich bin wieder da, ich lebe noch. Ja, wo bist du? Ja, neben dir. Ah, du kannst ihn wieder nicht sehen, aber wie ist das? Dann solltest du nochmal neu joinen. Ah, ich liebe meinen Server wirklich, ich finde den so schön. Der ist einfach genial. Lol. Ah, cool. Endlich mal wieder ein gutes altes Jump'n'Run. Auf Gras und Holz. So gehört sich das. Das ist schon wieder so ein Fünfer-Sprung, ey. Oh scheiße, jetzt habe ich dir geholfen. Nein. Och nee, man muss bei jedem Sprung wieder zurück nach hier vorne, den man verkackt. Ist nicht wahr. Das ist ja voll übel. Warte, ich helfe dir. Will ich dir wieder helfen? Nein, ich helfe dir. Boah, bist du einschl- Was denn? Du musstest schon während ich am Springen bin am Springen, ne? So, genau so gehört sich das. Jetzt schlag ich dich. Ach ja. Hier kommen auch wirklich nur fünf. Alter, jetzt ist das verkackt. Nein. Hier kommen auch nur fünf, weil das ist übel. Oh. So, ich habe es auch ohne Hilfe geschafft. Nein. Nein. Ich wollte... Nein. Ich wollte doch nur helfen. Ich weiß. Ach ja. Ich glaube, dass so mit jeden Tag... David. Was? 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 Das gildet nicht. Oh, du bist doof. Spießer, ey. Übel. Ich habe dir schon geholfen, den Sprung da zu machen, also beschwere dich hier mal nicht. Ich beschwere mich ja nicht über den Sprung, ich beschwere mich über einfach insgesamt. Außerdem, der erste Sprung ist einfach, weil du da noch eine Leiter hast. Ich habe ja gerade drei Sprünge hintereinander geschafft, ja. Schön. Die sollte man auch hintereinander schaffen. Der zweite ist aber schon übel. Wir sind ja noch keine Profis, wir sind ja noch Anfänger. Wir lernen ja noch. Sind wir? Anfänger. Wie bitte? Ja, wir sind noch Anfänger. Sind wir nicht? Wir sind Pros. Ja, aber wir spielen doch noch nicht professionell Mein Kampf, der Hintergrund. Ja, du hast nämlich in der Wirklichkeit noch einen zweiten YouTube-Fanel und du bist Gronkh. Genau. Ja. So sieht es, Alter, Mann. So sieht es genau aus, nicht anders. Nein. Boah, dieses Leitergeräusch, ey. Ist voll ungewohnt. Ich höre dort kaum, nur wenn ich ganz genau hinhöre. Solltest du vielleicht den Ingame-Sound lauter drehen? Auf wie viel hast du den normalerweise, wenn du aufnimmst? Das habe ich dir schon mal gesagt, auf so 26, 28. Ja, auf so 26, 28 habe ich den. Ach, Jonas, erzähl mal irgendwas Witziges. Boah, ne, hier kommt ein Fünfer-Sprung, aber du hast nur einen Block Anlauf zu nehmen. Das ist der Beübel. Eigentlich ist das gar nicht schaffbar. Ich warte jetzt hier so lange auf dich. Kannst ja kommen und mich trollen. Ich mache mal hier oben den Zaun weg. Nur wegen Trollen und so weißt du Bescheid. Alter, du kannst doch nicht den Zaun abbauen. Mach den wieder dahin, der ist schön. Jetzt hat er die ganze Map kaputt gemacht. Jetzt waren wir bestimmt voll wichtig. Ja. Weil die Grasblöcke hier noch demnächst runterfallen wollen. Ja. Alter, was denn? Das ist, was? Das ist niemandem aufgefasst, denn? Was habe ich getan? Das kann man in der Ausnahme sowieso sehen, ne? Das beweist mir das erstmal. Alter, mal, Alter. Die lösche da wieder zu. Hör du erstmal auf zu cheaten, ey. Ich schaff das ja nur nicht mal selbst, wenn ich cheate. Gut, dann höre ich halt. Alter, willst du das auch? I see your face. Nein, ich will das haben. Gib mir eins. Gib mir eins. Creeper mit Sonnenbrille. Jonas, wo bist du? Ich mach mal hier so einen Silberfisch-Pflasterstein hin. Alter. Das ist unser Megaman. Oh, guck mal, der David hat ja einen Creeper-Face. Sieht das bescheuert aus, ey. Ich weiß. Du könntest da mal einen River spawnen lassen. Ja, genau. Das wär's jetzt so ein schöner kleiner River. Geht aber nicht, weil der im Silber auch friedlich ist, wie ich hoffe. Ja. Nein, der ist wirklich auch friedlich. Ich bin ja nicht doof. Ich nehm mir jetzt mal hier alle erdenklichen Köpfe. Nee, warte, das geht ja mittlerweile. Boah, Alter, wie oft, wie viele Challenges darf ich eigentlich überspringen? Gar keine. Guck mal, wie ich aussehe. Sieht das cool aus? Nein. Nein, das sieht aus wie ein River mit einem Headset. Hm. Dann nehm ich mal jetzt ne Ding. Das sieht witzig aus. Bin ich jetzt, warte mal, bin ich jetzt Steve oder ein Zombie? Zombie, Zombie. Hä? Aber ich hab doch einen Steve-Kopf. Nein. Mir ist das irgendwie, versteh ich nicht. Äh, bist du, bist du, alter David. Was denn? Cheaten. Ich hab nix gemacht. Ich, ich mach doch, was, was ist das? Hallo? Ich mach doch gar nicht. Was ist dein Problem? Echt. Ja, okay. Echt. Wir machen jetzt hier ein... Hey. Ich will den... Alter, wie übel. Alter. Geil. Bist du beleidigt? Nee, aber ich find das jetzt irgendwie... Alter, wie... Alter, wie geil. Das war jetzt echt gut. Stell dir nach, dass ich hier einen hab. Boah, nee. Wir müssen... Alter, wir sollen da den ganzen Weg zurück. Und das alles nochmal von vorne. Das machen wir nicht. Alter! Das ist echt übel. Das ist echt übertrieben. So, wir machen uns jetzt... Machen wir uns jetzt hier einen schönen Leiter-Checkpoint. Und, ähm... Okay, ich bin durch. Wie? Wie? Oh, ja, natürlich. Das kann ich auch. Ich weiß, dass du das auch kannst. Das hast du auch gemacht. Du machst das jetzt alles nochmal von vorne. Ich hab die Sprünge ja wenigstens richtig geschafft. Du hast das ja alles abgebaut nur. Ja, ich hab die Sprünge bis dahin auch geschafft. Nicht, äh, nicht mehr. Cheater, ey. Das ist ja übel. Ich mach die Sprünge richtig. Ja, du kannst dich auch jetzt zu mir TP'n. Nein, das gehört sich nicht. Das ist regelwidrig. Achso. Und wie du weißt, sind mir Regeln sehr wichtig. Achso. Und ich möchte dich als Bösen darstellen. Achso. Na dann. Alter, wenn du dir die Aufnahme nachher anguckst, ey. Seh ich nur Ge-Cheater und... So, ich bin durch. Ich hab's ganz allein geschafft. Und... Hä? Hey, oh, oh, oh. Halt, nein. Ich mach jetzt die Tür kaputt. Äh, Alter. Alter, du... Äh, wieso, Mann? Schön. Ja, jetzt komm mal auf. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte echt so, lass mich jetzt wieder... Alter, kannst du mal den River-Shedle aufnehmen? Ja, okay. Oh, okay. Oh, nicht Eis. Oh, da ist ein Fledermaus. Töten, 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 töten. Nur wegen der Fledermaus hast du jetzt verkackt. Scheiße. Alter! Ich weiß nicht. Ich hab's aber... Das war das Eis. Hobo, ey. Oh, jetzt bin ich raus aus meinem Rhythmus. Alter, die Fledermausse hängen ja sogar voll cool an. Der Decke ist ja voll cool. Leute. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also... Ist ja voll geil. Generell mit dem neuen Update hab ich mich noch nicht so sehr befasst. Ja, und ich... Ist ja voll geil. Außer mit den Ambossen. Die sind echt cool. Scheiße. Drüber gesprungen. Na, oh! Alter! Ich hab so ne Laune jetzt. Äh, dir ist klar, dass ich nicht runtergefallen bin, als du mich grad geschlagen hast? Nicht? Nein. Schade. Aber jetzt hast du's verkackt. Ach, scheiße. Ich könnte hier... Oh, ich... Ich bring dauernd drüber, weil das Eis ist und das immer so ein bisschen länger braucht. So wie dein Seelen sein. Ach, ich mag Soul Sand. Ja, ist unser bester Freund. Alter, übrigens bei uns auf dem Server, bei dem Höllenportal... Da ist... Ähm... Ich sag mal so, direkt über dem Höllenportal ein bisschen Lava ausgekippt. Da ist dann Lava... Äh... Scheiße. Da ist dann oben Lava ausgekippt. Da hab ich mich dann mit Erde hochgebaut und das zugemacht. Wieso warst du auf unserem Server schon wieder? Nee, letzte Aufnahme. Ähm... Ähm... Okay. Alter. Ist mir ernsthaft. Glaubst du, ich erzähle dir alles, was ich mache? Ja, solltest du. Das interessiert doch die Zuschauer nicht. Das ist ein Last uns spielen. Also muss... Du hast sie... Du hast sie einfach getötet. Du hast sie einfach getötet. Die ist doch noch gar nicht tot, du Dev. Du hast sie aber verletzt. Ja und? Das verletzt meine Seele. Deine Seele, äh... Die eigentlich nicht vorhanden ist, ich weiß. Jonas, erzähl doch mal. Was ist das Besondere an den Fledermäusen? Sie sehen aus wie Fledermäuse. Das könnte eine Besonderheit darstellen. Sie sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Wow, wir können auch fliegen. Schon vergessen? Ja, aber wir im Sinne sind keine Säugetiere. Eher die Frauen sind Säugetiere. Ja, streng genommen schon, aber... Streng genommen sind was sind wir dann? Geilen Schnitten. Hast du jetzt überlegt, ne? Was du jetzt sagen kannst, was jugendfrei ist. Milchschnitten. Wir sind Milchschnitten. Oh, ich hasse Milchschnitten. Echt? Ja. Ohne, echt. Ohne Spaß. Ich find ich echt so übel. Boah. Alter, was hast du einen Milchschnitte auszusetzen, ey? Einfach alles. Ich find die eklig, ey. Alter. Also du und deine Essgewohnheiten, ey, wenn du jetzt verkackst, ey, das fänd ich so schön. Boah, die zwei Fledermäuse da, die mögeln sich. Aha. Die machen da aber böse Dinge. Ich hab mir aber gar nicht zugeguckt. Ich überleg jetzt, was ich machen soll. Ich bin runtergefallen und überleg, ob ich mich hochcheapen soll. Nein. Aber ich will so gern... Nur wenn der Challenge arg behindert ist. Die Challenge ist doch arg... Alter. Aber du bist gemein. Theoretisch sind alle Challenges arg behindert, aber... Ich kann dich nicht leiden. Du bist gemein zu mir. Gar nicht. Alter! Ach ja. Boah, als nächstes... Nein! Als nächstes such ich wieder die Adventure Map aus. Dann hol ich eine mit Kommando-Blücken. Die Map hier hatte auch Schwierigkeitsgrad hart, ne? Was? Warum? Alter! Für die erste zuletzt Blende Adventure Map. Tutst du eine Adventure Map mit Schwierigkeitsgrad hart? Ich weiß nicht, ob wir noch nie eine Adventure Map gespielt hätten. Ja, aber für die erste Aufnahme-Adventure Map, ja... Das ist auch kein Unterschied. Außer natürlich dein Server. Der ist natürlich der Unterschied. Aber das ist ja sehr, sehr FPS-belastend für meinen Computer, weißt du. Ja. Vor allem ja für deinen Server, ne? Du stehst jetzt nur noch... Ah, jetzt nicht mehr. Ich hab nur gerade mal in meinen Grafikanstellungen was geguckt. Ich hab schon gedacht, du wolltest dir jetzt wieder irgendwas cheaten. Nee, nee, nee. Ich hab noch Grasblöcke. Und dafür brauch ich nicht so lange. Grasblöcke, ne? Dafür brauch ich auch nicht so lange. Ich hab ja too many items. Warum hast du eigentlich kein too many items? Das ist voll der Standard.